Ich habe seit 18 Tagen in keinen Spiegel mehr geguckt. Sieht man das? Oh Gott, ja krass. Na klar. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte herausfinden, was passiert, wenn ich vier Wochen mein Gesicht nicht sehe. Kein Spiegel, keine Reflexion, keine Fotos von mir. Verändert das meine Wahrnehmung? Veränder ich mich irgendwie? Und was passiert, wenn ich nach vier Wochen das allererste Mal wieder in einen Spiegel gucke? Als allererstes wollte ich herausfinden, wie oft ich mich am Tag eigentlich sehe. In der Reflexion der U-Bahn, vielleicht im Selfie-Modus und natürlich auch im Spiegel. Und nach gründlicher Recherche habe ich herausgefunden, das sind 22 bis 24 Mal am Tag. Bevor es dann richtig losging, habe ich mir noch kurz die Einschätzung einer Psychologin eingeholt. Und die meinte das. Wie ist denn deine Einschätzung? Was könnte passieren, wenn ich mich vier Wochen lang nicht im Spiegel sehe? Ja, ich glaube, dass das wie alles eigentlich sehr abhängig von der Persönlichkeit erstmal ist. Also Ängste können, glaube ich, verstärkt werden und im positiven Sinne könnte man vielleicht wieder mit sich selber anders in Kontakt kommen. Oder man könnte auch sehr sozial komisch werden. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man nicht mehr in den Spiegel guckt, sogar auch nochmal Soziales eher vermeidet. Also, dass man da vielleicht so ein bisschen seltsam wird. Dann bin ich mal gespannt. Und dann ging's los. Da ich in meiner Wohnung keine Fotos von mir habe und nur einen Spiegel, musste ich quasi nur den eliminieren und habe ihn also abgehängt. Schwieriger war es natürlich in der Öffentlichkeit, weil man sich wirklich oft spiegelt. In den ersten Tagen musste ich mir erstmal antrainieren, jedes Mal, wenn ich mich irgendwo in der Spiegelung gesehen habe, sofort auf den Boden zu gucken. Und das hat sehr schnell sehr gut funktioniert. Der Reflex war relativ schnell eintrainiert, mein eigenes Spiegelbild zu vermeiden. Der erste Tag ohne Spiegel ist vorbei. Am ersten Tag habe ich länger im Bad gebraucht als sonst. Ich schminke mich zwar nicht, aber ich mache mir halt morgens die Haare und gucke, wie der Bart aussieht. Und das musste ich erfüllen. Und es hat sich nicht richtig angefühlt. Diese gewisse Unsicherheit und Nervosität setzte sich in den folgenden Tagen fort. Obwohl mir niemand das Gefühl gab, ich sehe irgendwie komisch aus oder ungepflegt, hatte ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle nicht über mein Aussehen. Ich weiß gerade nicht, wie ich aussehe. Und das hat mich unsicher gemacht. Das hat so weit geführt, dass ich am fünften Tag so unsicher war, dass die Leute auch angefangen haben, darauf zu reagieren. Das heißt, meine eigene Nervosität hat beeinflusst, wie andere mich wahrnehmen. Aber nicht mein Aussehen. Tja, wenn ich so drüber nachdenke, oft ist es ja so mehr die Angst, dass irgendwas nicht richtig sein könnte, weshalb man dauernd hineinschaut. Ich denke, da sind diese Albträume, dass man auf einmal nackt in der Schule ist oder was Vergleichbares, also sich gesellschaftlich bloßzustellen, weil irgendein Makel dicht ziert. Spinat. Aber wie heißt das so schön? Perfektion ist der sicherste Weg ins Unglück. In der zweiten Woche gab es eine große Veränderung. Und zwar war ich morgens im Bad extrem schnell. Einmal durch die Haare gekämmt, alles klar, los geht's. Rasieren konnte ich mich sowieso nicht, weil ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass ich zwei oder drei Wochen lang mit so einem anrasierten Bart rumlaufen muss, der irgendwie falsch ist. Meine Nervosität ist dann auch langsam verschwunden. Ich hatte das Gefühl, wirklich alle nehmen mich wahr, wie immer. Ich konnte halt nur keine Videos machen und auf Social Media keine Fotos posten und nichts, aber es hat mir jetzt auch nicht wirklich gefehlt. Und generell hat mir diese ganze Selbstdarstellung nicht gefehlt. Und das hat, glaube ich, auch nochmal deutlich zu meiner Entspannung beigetragen, weil ich zum Beispiel Instagram komplett vernachlässigt habe. Ich habe einfach nichts mehr da gemacht. Was verbindest du mit dem Spiegel? Schon irgendwie auch Stress. Ja, schon Stress, weil ich mich immer bewerte, wenn ich in den Spiegel gucke. Also fast immer. Ich gucke halt doch auf ein Foto und denke, ich sehe jetzt irgendwie doof aus oder so. Also in meinem Gesicht sieht man halt so krass, wie es mir geht. Und das sehe ich da natürlich auch. Was glaubst du, sind so die größten Herausforderungen? Ich glaube tatsächlich, mal abgesehen von diesem Kosmetischen, wirklich nicht doch irgendwie in den Spiegel zu gucken. So ein Kontrollding. Also es ist mir vielleicht so ein bisschen so ein Kontrollverlust tatsächlich, dass man denkt, man kann das kontrollieren. Zumindest das. Okay, optisch weiß ich jetzt, es sitzt alles so, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Das gibt mir so eine Sicherheit. Und wenn das dann weggenommen wird, dann ist interessant, was passiert und wie eitel man ist und wie sehr man an seinem Äußeren hängt. Oder so was zwischen den Zähnen haben. Ich glaube, das würde mich richtig unsicher machen. In der vierten Woche ging ich auf einmal viel seltener raus. Ich arbeite selbstständig und kann auch viel von zu Hause machen. In der vierten Woche habe ich wirklich alles, was ich konnte, zu Hause gemacht. Wenn ich rausgegangen bin, habe ich auf einmal angefangen, dicke Schals zu tragen und fast nur noch Mützen. Ich hatte wirklich gar keine Vorstellung mehr davon, wie ich jetzt genau aussehe. Das Anfassen hat mir nicht mehr gereicht. Es hat mich so unsicher gemacht, dass ich in der vierten Woche wieder so eine Art Rückfall in die erste hatte und es diesmal halt mit Masken, Schals und Nicht-Raus-Gehen bekämpft habe. Was siehst du im Spiegel? Deine Zuschauer werden ja auch wissen, dass ich vor zwei, drei Jahren mal sehr viel Gewicht verloren habe. Und danach suche ich in meinem Gesicht, wenn ich in den Spiegel schaue, ob ich wieder zunehme, weil die Angst da ist, wieder zuzunehmen. Danach gucke ich, sonst ist mir eigentlich alles egal. Was glaubst du passiert, wenn ich das erste Mal nach vier Wochen wieder in den Spiegel gucke? Der Gedanke, den du äußern würdest, wenn du sagen würdest, es hat sich nicht viel getan. Oder schlimmer, ich habe nichts vermisst, wäre irgendwie traurig, weil man sich selbst ja auch ein Stück weit lieben soll. Und das tust du ja, indem du in den Spiegel schaust und dir einfach mal selber in die Augen schaust, weil das die einzige Möglichkeit ist, dir selber in die Augen zu schauen. Und kurz für dich zu sein, weil sonst sind wir ja nicht mehr für uns, sondern haben immer hier das hier vor den Augen. Also ich zumindest versuche ich auch zu vermeiden, aber lässt sich nicht immer. Ich gucke mich halt nicht an, ich gucke eigentlich Kicker. Das heißt, es wird keinen großen, krassen Knall geben, wenn ich das erste Mal wieder in den Spiegel gucke? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man sein eigenes Gesicht vergisst. Ich glaube aber, dass man Gesichter von anderen Leuten vergisst. Ex-Freundinnen und so. Ich kann mich an meine erste Ex-Freundin nur noch, ich kann das Gesicht anhand von Fotos rekonstruieren, weil man sich logischerweise dann daran erinnert. Aber wenn ich das jetzt zeichnen müsste, wäre es A, nicht möglich, weil ich nicht zeichnen kann. Aber B, könnte ich es auch nicht, weil ich das nicht mehr so richtig im Kopf habe. Das ist fast weg. Das finde ich spannend. Könntest du dir das auch vorstellen, so mal einen Monat ohne Spiegel zu leben? Was ich schwierig fände, wenn ich Mohnbrötchen oder Spinat gegessen hätte, dann wüsste ich gerne, ob das in den Zähnen hängt oder nicht. Aber dann würde ich wahrscheinlich den üblichen Move machen und irgendwie, wie man es halt in der Bahn macht, um zu gucken, ob man da noch irgendwas zwischen den Zähnen hat. Aber sonst wäre es mir eigentlich egal. Ich fühlte mich kurz vor Ende des Experiments tatsächlich so unwohl, dass ich es gar nicht abwarten konnte, wieder in den Spiegel zu gucken. Und das ist dann auch passiert. Nach vier Wochen, exakt, habe ich wieder in den Spiegel geschaut. Und das war so. Das ist so ein seltsames Gefühl. Das ist jetzt wirklich wie einen Film gucken, weil ich so lange mich nicht gesehen habe. Ja, es sieht wirrer aus. Ich sehe echt wirrer aus. Aber nicht schlimm. Also es ist immer noch alles total im Rahmen. Also ich sehe nicht wirrer aus als viele andere. Ich habe mich so gefreut, mich zu sehen. Es war so etwas richtig Kindliches. Ich war so glücklich, mein Gesicht zu sehen und dass ich wieder da bin. So hat es sich für mich nämlich angefühlt. Ich war wieder da. Ich hatte absolute Glücksgefühle in dem Moment. Ich kann es auch gar nicht genau erklären. Aber das war so befreiend. Das Experiment war damit erst mal beendet. Aber in den folgenden Tagen habe ich mich tatsächlich immer wieder kurz gefreut, wenn ich mich gesehen habe. Aber eine Sache ist nach einer Woche erst weggegangen. Und zwar der Reflex, erst mal wegzugucken, wenn man sein Gesicht sieht. Also diese Kopfbewegung nach unten auf dem Boden ist nach vier Wochen so antrainiert, dass ich tatsächlich sieben Tage gebraucht habe, um sie wieder loszuwerden. Und das fand ich auch beeindruckend. Also dass es tatsächlich nur 30 Tage braucht, um sich einen Tick anzugewöhnen. Vielen herzlichen Dank an Patreon. Ohne euren Support auf dieser Crowdfunding-Plattform wären diese Videos wahrscheinlich nicht möglich. Ich habe mich zuletzt mit Spotify und Bücherlesen beschäftigt. Das waren meine beiden anderen Experimente. Und als nächstes geht es tatsächlich um das Thema Clowns und einen sehr persönlichen Bezug dazu. Ich bin sehr gespannt, was ihr vom Thema Clowns haltet. Schreibt mir das gerne mal. Ansonsten teilt das Video sehr, sehr gerne. Das hilft tatsächlich weiter. Auch jeder Like und jeder Kommentar hilft. Und wenn ihr Bock habt, schaut mal bei Patreon rein. Da gibt es nämlich jede Menge Behind-the-Scenes und exklusiven Content immer. Und so realisiere ich diese Projekte hier. Bald gibt es auch wieder Web-Serien. Und bis dahin viel Spaß mit den Experimenten. Und bis dahin viel Spaß mit den